Hallo, wir sind Animo und Sarina Schulz und wir singen das Lied Das ist das Wunder zur Jahreslosung. Auf diesem Video möchten wir Ihnen einen schönen Lied auswischen und natürlich ganz, ganz viel Kraft und Gesundheit in diese schwere Zeit. Armherzig sein, als Zeitverschenken, zusammen nach ein neues Denken. Wer geht und fragt nach, lädt die Einsamen ein, in Gemeinschaft zu sein. Armherzig sein, als Schwiebelstagen, zusammen treiben, treiben, wagen. Was hindert die Not, jedes Wort ist zu viel? Ich umarme dich still, sei noch herzig, denn euer Gott soll im Himmel wissen. Schaut euch um und seht, dass ihr ein Land erbaut. Seine Liebe macht die Gedanken und Herzen wieder weit. Das ist das Wunder der Barmherzigkeit. Armherzig sein, als Brücken bauen, verzeihen und sich neu vertrauen. Wer geht nun den Schritt, das allein braucht schon Mut, doch versöhnen und tut gut. Warmherzig sein, als wachsam bleiben und Menschen kann nicht weit vertreiben. Wer trennt dafür ein, jeder der etwas liebt. Wer tritt dafür ein, jeder der etwas liebt und barmherzigkeit nie. Sein Armherzig sein, als Wunder der Barmherzigkeit. Dein eigen Vater im Himmel ist es laut. Schaut euch um und seht, dass ihr ein Land erbaut. Seine Liebe macht die Gedanken und Herzen wieder weit. Sein Armherzig sein, als Wunder der Barmherzigkeit. Sein Armherzig sein, als Wunder der Barmherzigkeit. Schaut euch um und seht, dass ihr ein Land erbaut. Seine Liebe macht die Gedanken und Herzen wieder weit. Das ist das Wunder der Barmherzigkeit. Das ist das Wunder der Barmherzigkeit. Alles Gute Ihnen und Euch und am 31. Januar laden wir ein zum Digital Gottesdienst, genau zu dem Thema der Jahreslosung. Wir hören auch wieder das Lied und wir werden Impulse und Gedanken und Bilder unserer Konfisziger im Gottesdienst präsentieren. Bis dann!